Hallo meine Lieben, die Gerita, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren KDMO-Event-Video. Heute haben wir wieder ein paar Updates auf KDMO bekommen, beziehungsweise auch ein neues Event. Da schauen wir jetzt dann gemeinsam rein. Das erste Update, was heute reingekommen ist, ist das neue Mail-Feature. Ja, Spieler können sich jetzt gegenseitig Mails zuschicken. Wie funktioniert das? Das funktioniert über das Cash Warehouse. Da wurde jetzt das geupdatet mit einer neuen Mailbox, die man auch über den Shortcut U erreichen kann. Und darüber kann man sich über die Personal Mailbox anderen Spielern die Sachen oder beziehungsweise Mails zuschicken. Und aber auch nachsehen, welche Mails man bekommen hat in der Personal Mailbox. Man kann bis zu sechs Items anderen Spielern schicken. Auf einmal gehe ich mal davon aus. Und man kann zwischen 100M und 1000T den Spielern zuschicken. Also ist ganz nice, um sich selber von einem GameKing-Zweit-Account auf einen Steam-Account Sachen zuzuschicken. Beziehungsweise auch eigenen Tamern, die man auf dem selben Account hat oder auf einem anderen Account hat, ohne jetzt extra umloggen zu müssen, beziehungsweise auf zwei Geräten gleichzeitig die Sachen offen zu haben, kann man das dann per Mail dann den zuschicken. Ist auf jeden Fall ganz nice und erleichtert das definitiv. Dann gibt es die Dot-Mailbox, die ersetzt dann das bisherige Distribution-Warehouse, also das, wo die Items, die man gekauft hat, drin gelagert wurden. Und da gibt es noch die Reward-Mailbox, wo dann die Inspection-Rewards und solche Sachen dann in Zukunft drin sein werden. Dann wurde Shoutmon Cross 5 hinzugefügt. Letztes Event kam ja Shoutmon Cross 4 rein, jetzt kommt dann schon Shoutmon Cross 5 rein. Mit Sparrowmon dann natürlich auch noch mit dabei. Die kommt als DGI auch noch mit rein. Sehen wir dann an, wenn wir dann in den Shop reinschauen. Und ja, Shoutmon Cross 5, der wird dann alle fünf Mercenary-Slots, die man hat, ausfüllen. Wird ein SS-Digimon, also vom Rang her, dementsprechend. Das hatte ich mir eigentlich schon für Shoutmon Cross 4 gewünscht, dass Shoutmon Cross 5 dann eventuell SS-Plus oder vielleicht sogar SS-S wird. Aber das war dann vielleicht auch ein bisschen zu weit gehofft. Aber immerhin SS-Rang. Dadurch kann man ihn zumindest schon mal ein bisschen mehr benutzen, auch wenn SS-Plus ihm definitiv auch nicht geschadet hätte. Basic-Admin-Property ist unknown. Ich gehe mal davon aus, dass er, wie bei Shoutmon Cross 3 und Cross 4, auch 100% Attribut-EXP haben wird. Das heißt, gerade auf dem SS-Rang kann man da mit ihm schon sehr viel mehr dann machen, weil er seinen Attribut-Bonus gegen alle ausspielen kann und immer den vollen Bonusschaden auch noch bekommt. Natural-Property, also das Element-Attribut ist dann natürlich Stahl und er wird zwei Family-Attributes haben. Einmal Nature-Spirits und Virus-Buster. Das heißt, da kann man zumindest auch mit zwei Shadow-Lab-Buffs bei ihm arbeiten. Natürlich ist er immer noch ein Jogress-Digimon. Das heißt, er muss natürlich mit den Jogress-Einschränkungen leben. Erstmal, dass er einen Jog... Nee, stimmt, weil er Cross-Digimon braucht er keinen Jogress-Chip. Er braucht nur diese Digi-Cross-Chips. Aber er kann nur die Jogress-Memory-Skills benutzen, was ihn natürlich ein bisschen in seinem Output, also in seinem Damage-Output, dann einschränkt. Dann haben wir die ersten paar Stats. Also AT 2368. Base-mäßig auf 100% Größe Level 1. Ist jetzt schon mal nicht allzu schlecht. Da kann man dann mit Richtung, denke ich mal, so um die 3000 AT vielleicht rechnen. Bei gleichbleibenden Attack-Speed wie bei Cross-4 und Cross-3 wäre das auch schon mal sehr solide für einen SS-Rang-Digimon. HP 6110. Ist auch ganz okay für den Rang. Kann man definitiv machen. Defense 201 und Digi-Soul 2170. Ist auch ganz nice. Dann haben wir die Skills. Einmal haben wir den F1 mit Impact Laser. 7715 Base-Damage. Wird dann, denke ich, auch mal nicht jetzt einen ewig hohen Cooldown haben. Und dann haben wir noch die F2 Meteor Impact. 16.178 Damage. Ist jetzt nicht ewig viel. Aber für einen SS-Rang-Digimon eigentlich ganz solide. Ich denke mal, da wird man dann definitiv auf über 20.000 mindestens kommen. Ungeklont. Also von daher, wenn der Cooldown passt, dann kann das auch ganz solide sein. Und Sparrowmon kann man im Cash-Shop bekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass man für ihn dann auch wieder eine bestimmte Anzahl an diesen Code-Crowns dann braucht. Die Anzahl wird allerdings hier nicht aufgeführt. Aber mal sehen. 17 braucht man ja, glaube ich, für Cross 4 insgesamt. Dementsprechend müssen wir dann einfach nur mal gucken, wie viel dann in seinem Package, falls eins dabei ist. So genau habe ich mir die Cache-Sachen jetzt noch nicht angeguckt. Deswegen weiß ich nicht, ob er extra einen Cross 5 Package bekommt. Müssen wir dann mal sehen. Auf jeden Fall. Weiteres neues Update, was reingekommen ist. Wir haben einen neuen Dungeon bekommen. Battlefield of Chaos Final Battle. Für die neuen Digimon Tamers Part 2 Maps. Die ja jetzt bei uns schon reingekommen sind. Wo allerdings, abgesehen von den Dailies, die man da jetzt hat, von dem Paar, kein Dungeon mit dabei war. Also kein Dungeon-Content. Ist jetzt, wie gesagt, nachgeholt worden. Da haben wir jetzt den Dungeon-Namen Chaos Battlefield. Wie kommt man da rein? Dafür muss man die Quest Test abgeschlossen haben. Das Digimon-Level muss 110 oder höher sein. Man braucht dafür eine Admission-Card. Also quasi wie ein Ticket, um reinzukommen. Man bekommt wahrscheinlich eine bestimmte Anzahl davon am Tag. Ist ein 4-Player-Dungeon. Das heißt, nicht Singleplayer wie bei Vajiramon zum Beispiel. Sondern 4-Player. Das heißt, da kann man dann, oh Wunder, Wunder, zu 4 rein. Die Digimon, die da drin auftauchen werden, sind, gut, das ist jetzt ein bisschen blöd übersetzt. Aber ich habe mal die koreanischen Namen gegoogelt. Das eine Digimon ist Beelzemon, was dort auftauchen wird. Und das andere Digimon ist Megidramon. Also es ist ein Megidramon und Beelzemon-Dungeon. Und dann haben wir noch einen anderen Dungeon. Da habe ich allerdings jetzt vorhin vergessen, den japanischen Namen von dem Digimon zu googeln, weil welcher da drin auftauchen wird. Aber das ist dann Tsukiaomon. Also das ist dann der Tsukiaomon-Dungeon. Und zwar Final Decisive Battle heißt dieser dann. Dafür muss man Quest Battleground of Chaos abgeschlossen haben. Digimon-Level muss Level 110 oder höher sein. Dafür braucht man ein Tsukiaomon-Entrance-Amulett für Final Decisive Battle. Ist auch wieder ein 4-Player-Dungeon. Boss-Monster ist dann Tsukiaomon, ganz offensichtlich. Und für den Dungeon-Clear bekommt man ein Radioactive Integer-Number einmal. Keine Ahnung, also das ist dann wieder mal ziemlich blöd übersetzt vom Google-Übersetzer. Aber dieselbe Dungeon-Reward bekommt man dann auch bei dem anderen. Und es wurden beim D-Terminal, beim Paunchesmon Black, müsste das ja sein, wurden weitere Craft-Sachen hinzugefügt. Und zwar haben wir jetzt weitere neue Goggles bekommen. Also bisher waren ja die Awakening-Goggles das höchste, was man haben konnte. Jetzt wurde das alles erhöht auf Goggles Awakening plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Digital-Goggles, die dann hochgehen bis Digital-Goggles plus 4. Und halt dann noch Digital-Hazard-Goggles. Was man dafür braucht, sieht man dann hier. Alles einerseits natürlich dann die Goggles, die man dann vorher hatte. Also die maximale, die man sich aus den vorherigen Temas-Maps, also aus Temas Part 1, craften konnte. Da war ja, wie gesagt, die maximale, die man sich mit dem Bajiramon bzw. Vicaralamon-Dungeon craften konnte. Und jetzt braucht man dafür dann sogenannte Digitized Leather 75, um die einmal zu upgraden auf die plus 1er. Und das geht dann, das wird dann natürlich immer mehr. Da braucht man irgendwann auch noch hier die Toolboxen dann dafür. Und das geht dann alles hoch bis zu den Digital-Hazard-Goggles plus, ähm, äh, nicht plus, sondern 30 Tage. Dafür braucht man dann die plus 4er. Plus 7500, ähm, Digitized Leather, was dann wahrscheinlich geupgradetes, ähm, normales Leather ist. Oder man das nur aus diesem Dungeon hier bekommen kann als Drop. Allerdings steht das hier leider nicht dabei, wo man die herbekommt. Eventuell muss man da auch normales Leather bei Vicaramon, äh, zum Beispiel farmen. Und das dann beim Craften upgraden. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber immerhin haben wir jetzt mehr Möglichkeiten da dann auch mit unseren Goggles, bevor die ablaufen, da nochmal, oder beziehungsweise sobald die abgelaufen sind, die dann noch weiter zu upgraden, wenn wir die Awakening-Goggles haben. Also das ist ziemlich nice. Und 20 Toolboxen braucht man dann. Und man kann sich jetzt auch noch, ähm, Hedge-Backup-Level-4er craften für zwei von diesen Radioactive-Integer, die man hier dann gedroppt bekommt. Allerdings, da hätte ich mir eher gewünscht, dass das Hedge-Backup-Level-5er sind, weil Level-4er, also nur für Level-4er mache ich halt nicht diesen Dungeon, beziehungsweise diese beiden Dungeons, also das ergibt ja dann keinen Sinn. Also da erwarte ich dann schon entweder, dass wir hier diese Digitized Leather da auch noch rausbekommen, oder man die halt aus dem alten Leather, wie bei dem, äh, Digitalized Parts, ähm, craften kann. Aber da steht hier, wie gesagt, jetzt nichts weiter dazu und, ja, weiß ich halt nicht. Also wenn dann nur dieses Radioactive-Integer, ähm, gedroppt wird hier aus diesem Dungeon, dann lohnen die sich halt einmal für die Quests, aber ansonsten überhaupt nicht. Also wenn, dann erwarte ich da schon, dass hier auch da das, ähm, Digitized Leather rausdroppen kann. So, dann haben wir auch noch, dann kommen wir zu den Events. Also dann haben wir das erste Event, schautmon, hä, Cross-10 haben die es genannt. Weil wegen, weil, schautmon Cross-5 und Double-Stat-Event, hahaha, haben die sich echt einen tollen Scherz erlaubt hier beim Event-Namen. Naja, aber auf jeden Fall, die, ähm, Stats von Cross-5 sind während des Events dann natürlich verdoppelt. Und das geht dann bei denen 28 Tage, also, ähm, vier Wochen dann dementsprechend. Ähm, gut, die Base-Werte sind natürlich alle verdoppelt. Ist auf jeden Fall ganz solide, kann man dann auf jeden Fall ganz gut nutzen, definitiv. Ähm, vom reinen Stats her müsste das dann, wenn man es dann noch levelt und alles mögliche auch noch mit einberechnet, ähm, Klonen und sowas. Also, ne, ohne Klone, also Leveln und Größe kommt man da definitiv in so unter, also knapp 6000 vielleicht. AT-mäßig, also, da kann man, das kann man definitiv dann super nutzen während des Events dann. Äh, dann haben wir, ähm, auf jeden Fall wieder ein Log-In-Zeit-Event, was jetzt ziemlich an den Anfang gepackt wurde. Wir sind ja, wenn man hier die Leiste sieht, noch nicht mal bei der Hälfte angekommen. Also, die haben das diesmal nach vorne gepackt. Montag bis Freitag bekommen wir für drei Stunden jetzt fünf Low-Class-Data-Boxen, ein Code Unknown und, ähm, zwei Large Matroschkas. Und Samstag und Sonntag bekommen wir auch nochmal einen Code Unknown für vier Stunden, äh, für vier Stunden nochmal Low-Class-Data-Boxen und einen Omegamon-X, X-Antibody-Faktor, beziehungsweise die Loot-Box. Nicht den Beta-Faktor, sondern die Loot-Box. Ist aber ganz nice, da bekommen auf jeden Fall die Leute nochmal, ähm, zweimal die Möglichkeit, da was rauszuziehen, weil bei denen geht das, ähm, nur vierzehn Tage, das Log-In-Zeit-Event. Und aus diesem Code Unknown kann man dann entweder Code Woods, äh, Badlands, Seas und drei Fragezeichen bekommen. Ähm. Und man kann sich dann, ähm, verschiedene Sachen craften mit, äh, diesen, beziehungsweise auch noch mit Determination of, ähm, ähm, ne, beziehungsweise, ne, warte mal, das ist nicht mit denen, sondern mit irgendwelchen... Also, das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum man hier dann 100, 128 von diesen, ähm, braucht, wenn man, wenn man, wenn das Log-In-Zeit-Event nur vierzehn Tage geht und man nur eins jeweils aus diesem Code Unknown rausbekommt. Wie soll man da auf... So was wie 250, 450 von denen kommen, außer man bekommt... Ah, okay, man bekommt die restlichen durch die Events dann auch noch. Ah, okay. Aber okay, die maximalen Sachen, die man sich hier dann holen kann, wären so was wie ein, ähm... Ich würde mal sagen, Rare, Jogress, Random, Digi-Eck. Fünf von fünf. Und solche Geschichten. Raremon, vier bis fünf. Mid-Class, äh, Random Data Chips. Yellow Socker-Uniform, sieben Tage und solche Geschichten. Yggdrasil Fruits für sieben, Determination of Forest und solche Sachen. Random Hatchback-App-Label vier bis fünf kann man sich hier machen. Random Reinforced Digi-Klon-Boxen. Ah, ist ganz okay. Ähm, gut, dann haben wir Event Nummer drei, Growth Forest. Äh, da muss man dann, ähm... Ah, okay, das ist auch wieder so ein Dungeon, wie wir den aktuell drin haben. Also so ein Event-Dungeon. Wo man dann auf eine Map kommt, die dann Growth Forest heißt, da muss man dann Digimon besiegen, bekommt man mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit dann jeweils ein Determination of Forest gedroppt. Und Raflissimon zum Beispiel als Boss drin, gibt dann hundertprozentig einen Determination of Forest plus dann halt noch eine Box of Forest. Und dann gibt es noch einen weiteren Boss drin, der auch nochmal 100% Determination of Forest und äh, Code Green droppt. Und in dieser Forest-Box können dann sowas drin sein, wie Red Light of Life 50. Ähm... Ich würde sagen, fünf Seal Opener müssten das sein. Ähm... Random Mid-Class Transcendence Convert Chips, zwei Stück. Zwei... Stone-Geschichten. Ähm... Keine Ahnung, was das sein soll. Also, ich würde mal sagen... Ja, irgendwelche Num... Entweder Number Changed Stones oder Option Changed Stones. Wenn das Option Changed Stones wären, wäre das ziemlich nice. Und dann gibt es noch die Random Tamer Skill Box für einen Tag. Auch ziemlich nice. Kann man definitiv auch mitnehmen. Und vor allem ist es ein Event Dungeon. Das heißt, der geht eigentlich relativ schnell dann normalerweise. Dann haben wir Event Nummer 4 in Sane Wasteland. Da haben wir auch nochmal einen, ähm... Event Dungeon in Sane Wasteland. Selbes Spiel hier auch. Droppt dann auch diese Decisions of the Badlands. Was man halt alles für dieses Craften hier braucht. Auch wieder mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit jeweils. Ähm... Und in der Wasteland Box, die man rausbekommt, ähm... Gibt's dann sowas... Random natürlich drin, wie... Ähm... Brasil... 10 Backup Disks. Und 2 Option Changed Stones. Ich würde sagen, dann sind das hier Number Changed Stones. Würde ich jetzt spontan sagen. Wenn hier Option Changed Stones sind, weil die nicht dasselbe in die beiden Boxen packen. Aber die Box hier ist definitiv nochmal besser als die hier. Auch wenn man aus beiden sehr solide Sachen rausbekommen kann. Dasselbe Spiel gibt's auch nochmal mit The Vicious Sea. Auch wieder hier mit, ähm... Demselben Dungeon in dem Sinne, nur halt wahrscheinlich auf einer anderen Map dann. Selbe Spiel hier auch. Aus der Random Box kann man dann 20 Delicious Gold Bananas rausbekommen. 5 Random Mid-Class Startup Boxen. Amplification Booster plus 500%. Rechargeable Energies 10 Stück. Und Raremon 4 bis 5. Also... Die Rechargeable Energies sind ganz nice. Mid-Class Data, das kann man immer gebrauchen. Raremon 4 bis 5. Auch in Ordnung. Aber definitiv die, ähm... Allgemein... Schlechteste Box, finde ich, von den allen. Aber man macht's ja hauptsächlich für die Materialien. Und die Boxen sind ein ganz netter Zusatz. Und dann gibt's noch das 3-Frage-Zeichen-Event. Ähm... Wo wir dann aus jedem Dungeon erstmal die Code Green, Grey und Blue brauchen. Um, ähm... Code 3-Frage-Zeichen herzustellen. Ähm... Ähm... Eine sogenannte Treasure Chest zu bekommen. Und aus dieser Treasure Chest kann man dann, ähm... Spooky Halloween Kostüm Set für 7 Tage bekommen. Spooky Halloween Digi Aura für 7 Tage. Reinforced Digi-Klon S. Nice. Raremon 5 von 5. Auch nice. Und ein... Oder... Oder ein 5er, ähm... Digi-Eye. Also das ist ziemlich nice. Also da lohnt es sich definitiv, die restlichen Sachen einmal gemacht zu haben, wenn man dann hier die Chance hat. Also klar, es ist natürlich random, was man rausbekommt. Und die oberen Sachen werden wahrscheinlich eine höhere Chance haben, als die hier unten zum Beispiel. Aber trotzdem... Da kann man ziemlich viel nices Zeug rausholen. Theoretisch jeden Tag ein 5er Digi-Eye, wenn man Glück hat. Also das lohnt sich dann definitiv mitzunehmen. Da freue ich mich schon drauf, wenn das zu uns dann kommt. So, dann haben wir Event Nummer 7. Howling Flame. Da haben wir in, ähm... Den, ähm... Das müsste... Warte mal. Lost Ruins. Boah, welche Map waren das nochmal? Entweder ist das Lost Historic Site. Oder, ähm... Diese Ruinen-Map in, ähm... Western Village. Auf jeden Fall, da erscheint ein Raid-Monster, das man nach 30 Minuten wieder, nachdem es besiegt wurde, nochmal töten kann, weil es dann neu spawnt. Und, ähm... Dieses droppt dann eine Hatching-Box. Und in dieser Hatching-Box können halt entweder drin sein Hatchbacker-Bevel 4 einmal, zweimal, dreimal. Oder Hatchbacker-Bevel 5 einmal, zweimal, dreimal. Sollte man also definitiv auch mitnehmen. Ähm... Kriegt man aber nur, wenn man die Quest abschließt, um den besiegt zu haben. Das heißt, man kann den, dann... Man kann diese Box nicht farmen bei ihm, sondern man, ähm, muss, ähm... Den einmal für die Daily abschließen. Und dann bekommt man eine Box, wo man dann zufällig die Hatchback-Ups rausbekommt. Aber man kann bis zu drei Hatchback-Up-Level 5 rausziehen. Sollte man also definitiv auch versuchen mitzunehmen. Und dann gibt's noch das, äh, Power of... Keine Ahnung, welches Digimon das ist, Event. Und zwar haben wir für diese 14 Tage Double-Stat-Events, äh, für verschiedene Digimon. Und zwar einmal Megidramon X hat, ähm, für... Da ist der Grund-AT-HP-Defense- und Digisol-Wert für den Zeitraum dieses Events, also für 14 Tage, verdoppelt. Ziemlich nice. Könnten die ruhig öfter machen für verschiedene Digimon. Galatmon X ist auch dabei. Wargreymon X ist dabei. Kaiser Greymon ist dabei. Okay. Megidramon ist dabei. Marsmon ist dabei. Shine Greymon, ähm... Awakening-Mode. Ich denke mal, damit ist der Burst-Modus gemeint. Und, äh, dieses Digimon. Mal schauen, was das ist. Okay, Zuki-Armon ist verdoppelt. Ich finde die Random ein bisschen, äh, die Auswahl ein bisschen random, welche die da genommen haben. Megidramon X, Skalatmon X ist ziemlich nice, dass der jetzt verdoppelt ist. Wargreymon X, gut, kann man auch malen. Kaiser Greymon, kommt mir da ein bisschen random vor in der Liste. Zuki-Armon erst recht. Megidramon passt dann wieder. Marsmon auch komisch. Den verwendet ja sowieso keiner. Und Shine Greymon Burst-Modus. Oh, okay. Ähm, und dann, ähm, für die, äh, Starmons, die ja letztens reingekommen sind, wurde jetzt, ähm, ein Bug gefixt. Ähm, oder beziehungsweise, ähm, ähm, gefixt, dass zu viel Digisol anscheinend verbraucht wurde, als man ihn in seiner Megaform verwendet hat. Gut, wer hat ihn schon in seiner Megaform normalerweise verwendet, wenn man, äh, schaut, wo ein Cross 4 dann hatte. Und dann halt, ähm, die ganz normalen Security-Updates, Stabilization und all dieses. Ähm, dann schauen wir mal noch rein, was im Cash-Shop alles neu ist, beziehungsweise reingekommen ist. Die haben jetzt, ähm, dieselben Boxen drin, die wir auch haben. Also mit Digi-Weiß-Box OT-Series in der 99-Crown-Box, ähm, Black Digitron-Sample-B oder D-Antivirus-B in der 198-Crown-Box. Also das sind eins zu eins dieselben Boxen, die wir auch haben. Dann Sparrow-Mon Digi-Eye ist reingekommen für, bei denen 49-Crown, bei uns werden es dann wieder 70 sein. Und dann gibt's, ähm, zwei Cross-Five-Packages. Einmal das mit, äh, Sparrow-Mon drin für 159-Crown, wo dann, ähm, elf Code-Crowns drin sind. Ich gehe davon aus, dass das die Anzahl ist, die man dann für Shout-Mon Cross-Fünf dann brauchen wird, wenn man schon Cross-Fier in dem Sinne freigeschaltet hat. Dann gibt's noch zwei, äh, Hedge-Backups Level-Fünfer mit dabei und, ähm, OR-Type, also ich gehe mal davon aus, dass das ROG-Mit-Class-Datas sind. Also für Sparrow-Mon, denke ich mal, wird man dann ROG-Datas dann brauchen. Kostet 159-Crown, definitiv, ähm, solide dafür, dass man das Digimon dann Level-4 bis 5 bekommt. Plus dann noch die Code-Crowns, die man braucht, wenn man natürlich den ganzen Rest schon hat. Und dann gibt's noch das Cross-Wars, ähm, Starter-Package für, äh, 396-Crown, wo dann alle Digimon drin sind, die man für Cross-Fünf brauchen wird. Also Shout-Mon bis Sparrow-Mon, alle in der Level-4 bis 5-Variante. 28 Code-Crowns, da man für Cross-Fier schon, äh, 17 Code-Crowns brauchte, sind dann, sind die elf, die man hier bekommt, die, die man dann auch, ähm, für Cross-Fünf dann insgesamt brauchen wird. Weil man, äh, weil man bei jedem Digimon ja die Code-Crowns aktivieren muss. Dementsprechend, ähm, macht das dann Sinn, dass es hier, dass hier dann alle drin sind, natürlich, die man insgesamt braucht. Und dann nochmal sechs Hedgepacker Level-5er. Dementsprechend kostet das Package dann auch 396-Crown. Wenn man natürlich jetzt schon sich das Cross-Fierer-Package geholt hat, was aktuell bei uns noch drin ist, dann... Entweder holt man sich hier das Digi-Eye plus, halt, die Code-Crowns, die man braucht, wenn man nicht noch Code-Crowns übrig hat zum Beispiel. Dann ist das das beste Package, was man sich holen kann. Wenn einem natürlich alles noch fehlt, dann ist das das beste Package, was man sich da holen kann. Weil man auch noch sechs Hedgepacker Level-5er bekommt, mit denen man dann auch noch seinen Liebling davon dann auf 5 von 5 bekommen kann. Ähm, dann gibt's, ähm, Tamer Digimon. Ähm, das sind sechs verschiedene Packages im Limited Sale für jeweils, ähm, also nicht für, nicht alle. Ähm, teilweise 169-Crown, teilweise 159-Crown. Ähm, einmal für Gilmon, wo das Level-4-5er Digimon drin ist. Ein Hedgepacker Level-5, beziehungsweise ein Duplicated-Hedgepacker Level-5. Ähm, Granim ist da drin. Also ich würde sagen, das Burst-Modus-Item ist da drin. Und bei ihm ist auch noch der Ride-Mode mit drin. Also wenn der Ride-Mode noch mit drin ist, kostet das anscheinend dann 10 Crown mehr. Ja, plus dann halt noch, ähm, mit Class-Datas. Da hier, ich glaube, das ist hier nur ein Tippfehler. Ich denke mal, das sollten 10 sein, weil bei dem anderen sind es auch 10. Auf jeden Fall, dann gibt's dasselbe auch noch dann für Terriamon, für Renamon. Bei Renamon gibt's natürlich beim Burst-Modus kein Ride-Mode. Dementsprechend kostet das dann 10 Crown weniger. Terriamon hat natürlich im Burst-Modus dann Black Saint Wing, den Ride-Mode noch mit dabei. Dann gibt's noch das Package für Imp-Mon. Da ist auch dann die Toy-Gun und Behemoth dann mit dabei. Dasselbe Package gibt's dann auch noch für Chaos-Gun-Admon. Kostet dann allerdings 198 Crown. Weil, ähm, da natürlich Digital Hazard und Megiddo Seed dann dabei sind. Und Digital Hazard natürlich als Burst-Modus-Item mehr kostet als die normalen, ähm, Burst-Modus-Items. Und dann gibt's dasselbe auch noch für Eleg-Mon. Okay, Eleg-Mon ist auch dabei. Das kostet dann auch wieder 169 Crown dann. Dann gibt's wieder drei Magnetic-ID-Karten im Limited Sale dort. Die Leute bei uns warten ja immer noch drauf. Ähm, dann gibt's, ähm, Mega-Digi-Clone-Cubes dort mal wieder im Sale. Oder beziehungsweise im Shop eins für zwölf Crown und zehn plus eins für, ähm, 120 Crown. Schade, dass es nicht Mega-Reinforced-Digi-Klone sind. Würde ich mir mehr wünschen. Und, ja, dann gibt's nochmal ein Transcendence-Package für 149 Crown. Da sind dann zwei Rare-Mon, vier bis fünf drin. Zehn Homeo-Fruits und, ja, dann Mid-Class, ähm, Transcendence-Convert-Chips für einmal jede Kategorie, die es gibt. Und zwar zweimal dann. Ähm, dann gibt's, äh, Grow-This-One-Well-Package, Version 3. Vier verschiedene Typen. Einmal gibt's das für Gilmon. Vier- bis fünfer Digi-Ei drin mit, ähm, Reinforced-Digi-Klon-Package dann dabei. Muss man natürlich dann, äh, jeder selber wissen, ob einem, ob man dann lieber die Reinforced-Digi, das Reinforced-Digi-Klon-Package mit dabei haben möchte, wenn man sich das Package für Gilmon kauft. Oder man kauft sich dann lieber, wenn man noch ein Gilmon braucht. Natürlich dann das andere, wo dann auch noch die ganzen Evolution-Items mit dabei sind. Und auch noch der Ride-Mode. Auf jeden Fall dasselbe gibt's dann auch nochmal für Lucemon, für Wemon, Vedramon und für Hagmon. Wo dann auch noch ein Hatchback-Up-Level-5 dann jeweils dabei ist. Die, ähm, 10 Mid-Class-Datas und 40 Low-Class-Datas. Und das war's dann auch. Also, alles in allem gefällt mir das Update. Gerade das Event hier ist, finde ich, ziemlich, ziemlich nice. Ähm, wo man dann hier jeden Tag theoretisch dann auch noch fünfer Digi-Eier bekommen kann und alles Mögliche. Auras Cross-5, da bin ich schon mal dann drauf gespannt. Erstens, wie es in-game aussehen wird. Zweitens, ähm, wie sich das dann, ähm, auch spielen wird. Und vor allem bin ich dann auch noch, ähm, bei ihm gespannt. Natürlich, wie Sparrow-Mon dann aussehen wird. Durch Double-Stat-Event wird er auf jeden Fall, ähm, während des Events sehr nutzbar sein werden. Und, ja, auf den neuen, auf den neuen Dungeons bin ich zumindest ein bisschen gespannt. Auch wenn mich das, wie gesagt, ein bisschen, ähm, noch verwirrt, beziehungsweise abturnt, dass nur diese Radioactive Integer dort gedroppt werden anscheinend. Und man mit denen nur Hatchback-Up-Level-4er craften kann, weil, was bringt es einem dann, die bis auf einmal für die Quests zu machen? Mal sehen, wie denn, aber da muss man aber dann mal sehen, wenn die dann bei uns reinkommen. Und vor allem auf das Mail-System bin ich gespannt. Also, das ist ganz nice auf jeden Fall. Aber, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denn von dem Event haltet. Lasst auf jeden Fall, beziehungsweise auch von den Updates, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sie machen es beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.